Liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder, es ist schon ein Hammer, in einem ganz normalen Gottesdienst einen Sarg stehen zu haben. Wenn Sie, wenn Ihr jetzt hier wärt, würde sich das vielleicht auch noch ein bisschen anders anfühlen. Man riecht das Holz förmig bis in die Reihen hinein. Ich selber habe die eine oder andere Erfahrung mit Särgen gemacht, als ich in Irland war. Nach meinem Studium im Praktikum fand ich es sehr faszinierend, für mich als Deutscher sehr eigenartig. In Leary in Dublin, eine große Kirche und die hatte kleine Seitenkapellen. Und es war selbstverständlich, wenn man in die Kirche kam und dann an den Seitenkapellen nach vorne ging, stand plötzlich ein Sarg dort. Dann wusste man, ah, an diesem Vormittag ist eine Beerdigung. Dann während des Gottesdienstes war ganz normal, der Sarg nach vorne geschoben, der letzte Gottesdienst mit dieser Person. Und dann, was mich sehr fasziniert hat, dann wurde er in ein Auto geladen, nicht wie bei uns, schön verkleidet, damit man nichts sieht, sondern mit Glasscheiben. Der Sarg und die Blumen konnten noch einmal gesehen werden. Und dann kam ein Augenblick. Einmal habe ich es erlebt, weil ich bei einer Beerdigung mit dabei war und mit hinterher gefahren bin. Dann fuhr man erst nach Hause zu der Person. Dort wurde angehalten, dreimal gehupt und dann ging es zum Friedhof. Eine faszinierende Erfahrung für mich, eine Sargerfahrung. Und dann noch eine zweite, die ich nie vergessen werde. Als mein Vater gestorben ist, jeder hat dann die Aufgabe, die Angehörigen, einen Sarg auszusuchen. Und wir haben versucht, einen schlichten auszusuchen, einen schönen und haben auch einen gefunden. Und es war sehr intensiv für mich. Ich habe selber die Beerdigung auch gehalten. Und ich war froh, als ich durch war. Und dreimal dürfen Sie raten, die nächste Beerdigung, die ich dann im Dienst hatte, ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Die erste Beerdigung, die ich hatte, ich stehe vor dem Sarg und ich habe ihn nur zweimal gesehen, einen solchen Sarg. Und genau bei diesem ersten Mal nach dem Tod meines Vaters stand ich vor dem gleichen Sarg. Und ich wusste erst gar nicht, was ich sagen sollte. Das sind Erfahrungen, die gehören mit uns zu unserem Leben dazu. Aber wir Christen haben eine Aussage und die ist sehr, sehr deutlich. Der Sarg hat für uns nicht das letzte Wort. Diese Kiste, was da drin ist, das ist nur vergänglich. Ich sage deswegen ganz despektierlich Kiste, weil Robert, mein Freund, der den gestern mit reingebracht hat, hat gesagt, das ist eine Kiste. Denn ich habe gesagt, gib mir den einfachsten, den, in dem ich selber eines Tages mal beerdigt werden möchte. Das sind die Sarge, die für die Einäscherung da sind und eigentlich gar nicht sonst groß zu sehen sind. Deswegen sagt er, etwas despektierlich eine Kiste. Was hilft mir in Bezug auf Auferstehung? Wir stehen ja häufiger am Grab als manch ein normaler Mensch und sollen dann auch noch gerade in tragischen Fällen Worte finden. Warum gelingt uns das? Es gibt für mich zwei Gründe, warum mir das gelingt. Und zum einen mache ich den mal jetzt so ein bisschen auf. Mal gucken, was da. Das ist schon mal die erste Erfahrung. Es ist Licht. Nahtoderfahrungen sind die Erfahrungen, die mich durchgetragen haben in den letzten Jahren und die meine Auferstehungshoffnung und meinen Auferstehungsglauben vertieft haben. Nahti, jetzt brauche ich dich einmal, räumen wir es nämlich mal runter, weil da drin habe ich etwas und das möchte ich gerne mit euch, mit Ihnen durchgehen. Was heißt das Nahtoderfahrungen? Ich habe etwas mitgebracht. Das möchte ich auch während des Gottesdienstes dann hier stehen lassen. Dann kann man das sich ein wenig anschauen. Es gibt ganz viel in Bezug auf Nahtoderfahrungen und zwar aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln und Bereichen, was Menschen niedergeschrieben haben. Hier sind nicht nur Erlebnis- und Erfahrungsschätze, also Bücher, die das beinhalten, sondern auch wissenschaftliche Untersuchungen. Und ich habe das mal drei gegliedert. Die ersten drei Bücher, die wir hier oben haben, das sind ganz normale Erfahrungsberichte von Todd Burpu, Den Himmel gibt's echt. Den Film haben wir zum Beispiel bei Felix in der Tasche. Das ist verfilmt. Ein kleiner Junge, der im Alter von drei stirbt und dann wieder zum Leben zurückgerufen wird. Und dann erzählt er im Laufe des nächsten halben Jahres, was ihm widerfahren ist. Ganz süße Berichte. Dann jemand, der 90 Minuten im Himmel war. Er kann das deswegen so genau sagen, weil unterschiedliche Zahlen ihn nachdenklich gemacht haben und hat er angefangen zu rechnen und berichtet, was ihm dort in diesen 90 Minuten widerfahren ist. Und ein dritter Bericht, oder besser gesagt, eine Sammlung von Berichten von Johannes Michels zu Besuch im Himmel. Authentische Berichte. Und es gibt sie hunderttausendfach, diese Berichte. Und wenn ich dann mit dem Kondolenzgespräch manchmal die Thematik beginne, dann habe ich es ganz häufig, dass Leute sagen, das ist mir auch schon passiert, das habe ich noch nie jemandem erzählt. Ganz häufig erlebe ich so etwas. Diese Berichte sind so faszinierend und sie haben eins, deswegen war mir das Licht am Anfang wichtig. Sie haben eins gemeinsam. Ganz häufig mit einem schwarzen Tunnel oder einer schwarzen Umgebung, durch die man erst geht, steuert man auf ein helles Licht zu. Nachdem man sich abgehoben hat. Mit dem Abheben, das wird von dem eigenen Körper, das wird gleich nochmal spannend. Und zwar ist das das mittlere Buch. Die mittlere Reihe ist für mich die, die sich mit Wissenschaft beschäftigt. Und das mittlere Buch, das habe ich am wenigsten verstanden. Lucy mit C. C ist der kleine Begriff für Lichtgeschwindigkeit. Und Professor Nimitz ist Physiker und Medizintechniker und hat versucht, die Phänomene, die Menschen ihm beschrieben haben, in Zusammenhang zu bringen mit den Phänomenen, den Bildern, die sich dann verändern, wenn Lichtgeschwindigkeit eintritt. Und das ist faszinierend. Ich habe ja gesagt, ich habe nur die Hälfte verstanden. In Physik war ich nicht ganz so gut. Auf der rechten Seite Dr. Alexander. Der Blick in die Ewigkeit. Jemand, der unheimlich skeptisch gegenüber diesen Berichten war als Chirurg, als Neurochirurg und als Gehirnspezialist und dann selber eine solche Erfahrung hatte und dann seine eigenen Berichte, seine OP-Berichte gesehen hat und gesagt hat, mein Cortex, mein Hirn war tot. Und das, was ich erlebt habe und erfahren habe, weiß ich aber. Also auch ein sehr spannendes. Und dann Dr. Van Lommel, endloses Bewusstsein, medizinische Fakten zur Nahtoderfahrung. Also da kann man sich mit auseinandersetzen. Das ist ein sehr spannendes Thema. Und dann kommen wir zu einem dritten. Das ist für mich noch einmal faszinierend und erhellend, weil dort die Psychologie versucht, das zu erklären. Die Berichte, die dort sind, eben auch zu untersuchen im Psychologischen. Sind es wirklich nur Dinge, die durch Hormone im Allerletzten ausgeschüttet werden? Was steckt dahinter? Was sind es für Aussagen, die gemacht werden? Sehr, sehr spannend. Raymond Moody ist einer der Klassiker überhaupt. Neben Kübler-Ross ist er derjenige, der sehr früh angefangen hat, das zu untersuchen. Beweise für ein Leben im Tod von Dr. Jeffrey Long, ein Arzt, der eine Dokumentation und eine psychologische Untersuchung in diesem Zusammenhang gemacht hat. Und dann etwas, Barbara Romer, Dr. Barbara Romer, die die Negativseiten von Nahtoderfahrungen darstellt. Denn es gibt Menschen, die machen erst eine positive Erfahrung, dann haben sie eine Begegnung oder eine Auseinandersetzung mit irgendwas in dieser Zeit und sind fast traumatisiert. Menschen arbeitet sie. Und wenn sie das durchgearbeitet haben, haben sie ganz häufig die Einstellung, die die anderen auch haben nach einer solchen Erfahrung. Und die Einstellung ist fast bei jedem so, wie ich sie in dem letzten Buch einmal vortragen möchte. Bernhard Jakobi, das Buch, Wir sterben nie. Da schreibt er, ein Mann beschreibt seine Veränderung nach diesem Erlebnis folgendermaßen. Nach dieser Erfahrung war ich wie ein anderer Mensch. Mein gesamtes Leben änderte sich von heute auf morgen. Alle Dinge, die mir zuvor noch von höchster Wichtigkeit erschienen waren, verblassten zur Bedeutungslosigkeit. Ich hatte verstanden, was Liebe und Ewigkeit bedeuten. Die Angst vor dem Tod war verschwunden. Mir war klar geworden, mit welchen Nichtigkeiten ich mein Leben verschwendet hatte. Die einzige Angst, die noch blieb, war die Angst, im Augenblick meines tatsächlichen Todes erkennen zu müssen, dass ich mein Leben nicht in aller Fülle gelebt und zu wenig geliebt hätte, dass viel mehr lebbar gewesen wäre und nur meine kleinlichen Befürchtungen und Vorurteile mich daran gehindert hatten. Das ist ein Zusammenfassen von diesen vielen, vielen Erfahrungen, die Menschen gemacht haben. Es hat sich etwas Grundlegendes verändert und für sie ist der Tod nichts Bedrohliches mehr. Und deswegen möchte ich ein kleines Zeichen in den Sarg setzen, dass wir nachher auch noch einmal kommen werden. Denn für uns als Menschen ist der Altar kein Zeichen des Todes, sondern ein Zeichen des Lebens. Und so soll auch der Sarg für uns Symbol dafür sein, dass er nicht ein Zeichen des Todes, sondern des Lebens ist. Das Zweite, was mich begeistert und berührt hat in Bezug auf Auferstehung, ist das, was Jesus erzählt und berichtet. Und das möchte ich gerne heute mal hier mit auf den Sarg legen. Das Evangelium, was wir heute gehört haben, ist etwas Einmaliges, weil hier kommt ziemlich deutlich zum Ausdruck, was es heißt, an Gott zu glauben, an Jesus zu glauben und an das Leben zu glauben. In der Begegnung, die die Jünger mit Jesus haben, es geht um die Abschiedsreden, die hatten wir vor ein paar Wochen schon einmal. Es ist die erste Abschiedsrede. Sagt Jesus, schaut doch mal genauer hin, was dort geschieht. Ihr fragt mich nach dem Leben, nach dem Tod. Ihr möchtet gerne wissen, wie es weitergeht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und dann sagt er zu ihnen, nachdem er etwas erschüttert ist, weil sie nicht die richtige Antwort gegeben haben. Was seht ihr denn als allererstes? Was seht ihr? Was nehmt ihr wahr? Und dann muss er feststellen, dass sie nicht das dahinter wahrnehmen und das Wichtige wahrnehmen. Martin Buber sagt, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Das heißt, im Begegnen erschließt sich mir das. Also sie sehen als erstes das, wer Jesus ist, als vordergründige Persönlichkeit. Und dann, was er getan hat. Und er sagt, und dann guckt dahinter. Was ist denn dahinter? Was passiert dahinter? Was steht dort? Was verstehe ich dort? Was erfasse ich dort? Wir sehen Taten, Menschen und auch Jesus. Aber dahinter steht eins und da kommt jedes Buch im Endeffekt drauf. Liebe. Die Liebe ist das, was das Leben ausmacht, was das Ganze verbindet. Paulus sagt, am Ende stehen Glaube, Hoffnung, Liebe. Und die Liebe ist das Größte von allem. Und die Liebe ist das, was im Leben zählt und was es wertvoll macht und was hinter allem steht. Und die Angst hier von diesem Mann, den wir gerade gehört haben, nicht genug geliebt zu haben, das Leben verschwendet zu haben, das meint Jesus den Jüngern gegenüber. Also es geht nicht um irgendwelche Opfer. In einer Liebesbeziehung, in einer Ehe braucht es das ein oder andere Opfer, sonst geht es nicht. Aber im allerersten ist es ein Liebesgeschehen und darauf hinweist Jesus. Und zum Schluss möchte ich gerne den Satz, der mir immer schwer gefallen ist, wenn ich das Evangelium vorgetragen habe, gerade auch in einer Trauerfeier, wenn ich wusste, da sitzen jetzt nicht nur Katholiken, da sitzen nicht nur Christen. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Viele von uns kennen ja die unrühmliche Geschichte unserer Kirche, die alleinselig machende Kirche. Damit ist viel Unheil angerichtet worden. Und Jesus sagt aber hier ganz deutlich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Warum? Der Weg, er ist der Weg und er zeigt nichts anderes auf, als dass er sagt, die Liebe ist das Wichtigste. Die Liebe bis zur Hingabe am Tod. Das allerletzte. Für einen Freund würdest du dein Hemd geben und noch mehr. Dann die Wahrheit ist, dass die Liebe das einzig Wahre ist und nichts anderes. Nicht irgendwelche Besserwissereien oder sehr viel Intelligenz und und und. Menschen, die Nahtoderfahrung hatten, streben nach Wissen, aber nicht nach möglichst viel Wissen, sondern nach einem spirituellen Wissen, nach einem Wissen, was Leben gibt. Und als drittes erst das Leben und dann sagt Jesus nichts anderes, weil Liebe ist das wahre Leben und das spüren diese Menschen. Von daher ist es wichtig, diesen Satz zu verstehen. Ich bin Weg, Wahrheit und Leben. Liebe ist der Weg, Wahrheit besteht aus Liebe und Leben ist im Allerletzten nichts anderes als Liebe. Und somit ist, und da verbindet sich jetzt das zum Taufbecken, somit ist unser Anfang, die Taufe, eine Zusage für Leben und das Ende eine Zusage für Leben. Zwei Orte des Lebens, die uns Hoffnung schenken sollen, Zuversicht und Mut. So, wenn wir also das nächste Mal einen Sarg sehen und vielleicht auch von jemandem Abschied nehmen müssen, stellen wir uns vor, da wächst ein kleines Bäumchen heraus, stellen wir uns vor, das ist ein Zeichen des Lebens. Denn die Person, die dort in diesem Sarg ist, hat das Leben bei Gott. Gott, denn er ist die Liebe, die unendliche Liebe und in diese Liebe wird man gerade bei Gott eingetaucht, soll sie aber auch hier schon durch seinen Geist Gottes, in den wir in den nächsten Tagen beten, um den wir in den nächsten Tagen beten, schon ein Stück tiefer in unserem Leben und unserem Herzen erfahren. Amen. Amen. Vielen Dank.